So, das neue Update ist da und damit auch das Southpack geteiltes Leid ist geheiltes Leid. Ähm, ja. Sorgt dafür, dass euer Team nicht absäuft. Also, das ist anscheinend für mehrere Leute das Item. Und deshalb hab ich mir auch noch jemanden dazu geholt. Was geht ab? Also, ja, wir werden auf jeden Fall gleich mal gucken, ob wir das Item finden. Dann hier noch der neue Shop. Vergiss auf jeden Fall nicht, greater Code. Arianefn. Dann Anime. Und ja, dann gehen wir mal in die Dore. Let's go. Sind beide Gegner? Nein. Äh, ey, weißt du was ich gewonnen hab? Was? Das neue Item. Äh, Southpack. Nein. Doch. Ich halt das wie so, das sind so sechs Flaschen. Oh, ich hab ne Pump. Lass es mal ausprobieren, was es auch immer ist. Zeig, ja. Hier, warte, ich hab zwei davon. Ich geb die eins und ja. Ja. Hier. Southpack. Soll ich werfen? Äh, ich hab 20 Leben mehr. Ja, 20 Leben bekommt man mehr. Ey, warte, wenn ich jetzt... Ja, Mann. Geil. Das ist der Hammer, Digga. Also wenn ich jetzt Solo oder so spielen würde, würde ich es jetzt nicht mitnehmen, aber in Squad kann das ja richtig geil sein. Ja, Mann. Wenn einfach vier Leute so viel Leben bekommen. Ey, da ist ein Eiswagen. Guck mal da vorne. Hier ist kein... Was ist das? Eiswagen oder so. Warte, das muss ich mir anschauen. Ey, hier sind Gegner. Ja, ich sehe einen. Ich komme. Das sind ungefähr drei, vier Leute. Äh. Ich weiß nicht, ob du das siehst, aber... Loot Lake ist kaputt. Ja, oh. Da wurde was hingeworfen. Ja, von mir. Ah. Den anderen. Nice. Ey, was ist hier passiert? Schau mal. Was? Ey, guck mal die Kabel da. Alter. Wie geil. Das ist ja mal voll krank. Komm, lass ich den Mitkanal benutzen. Das war ziltet oder so. Ja, da unten. Wein. Jo. Ich bin nicht spät. Hab den. Oh. Okay. Hast du vielleicht Raketenwaffermunition? Ne. Leider nicht. Ey, bei mir Gegner. Bei mir Gegner. Kommen. Hab ihn. Nice. Der andere ist da vorne. Er will weg. Ah. Ich find den anderen nicht. Hm. Bei mir sind auf jeden Fall rechte, aber die müsste ich eigentlich bekommen. Hey, alle fliegen einfach weg. Hab ihn getroffen, aber das bringt nichts. Hier unten bei mir. Natürlich hat er auch einen Jump-Hit. Fast ihn fast. Ja. Nein, oder? Nein. Ja, es sind zwei. Alter, jeder fliegt weg. Es ist so nervig. Da ist er aber hier unten bei mir. Jo. Hab ihn. Nice. Okay, hier sind Tränke, Mrenke, alles. Äh, hast du Pump-Monie? Ich hab nur elf. Ich geb dir von allem etwas. Danke. Und, ey, hier noch was. Dann danke. Komm, das weiterfliegen. Bei mir ist einer. Jo. Wo ist der? Wo ist der? Ja, wo ist er? Ist er white? Ja. Ja, stopp. Diesmal haben wir ihn. Schieß weiter, schieß weiter. Wo ist er? Habe ich ihn getroffen? Endlich. Ich hoffe, wenn einer fliegt und ich so eine Annäherungsmine reinschieße, explodiert sie ja bei der, bei einer Annäherung. Das heißt, die explodiert sie direkt, wenn er bei ihm ist. Stimmt. Komm, wir jump hit. Jo. Hab einen. Nice. Hey, hier sind noch mehr als Dauf-Packs. Nehmen ich mit. Ich will einfach heavy snapper-pop. Ah, stimmt. Hier ist einer. Nice. Pass auf, überall fallen. Ich wusste, dass er fallen sitzt, habe ich ihn direkt raus. Warte, ich habe Hanging-Leiter. Jump, jump. Okay. Du kannst ja Jump-Head benutzen. Warte mal. 150-Head. Nein, jetzt habe ich keine AR. Ich hätte meine AR nicht weglegen sollen. Nein. Ey, pass auf, von oben. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, der greift richtig an. Jetzt habe ich auch nicht zum Runterschießen. Low. Nice. Okay. Ich brauche wieder eine AR. Kannst du die mitnehmen, die Teile? Ja, kannst du ihn benutzen. Benutze ich einfach. Ja, ja. Okay. Ich habe zwei Minis. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Drei Minis. Bei mir sind zwei Leute. Pass auf, es sind noch mehr da. Habt ihr bei mir? Beide. Ja. Oder sind noch mehr? So. In der Luft, in der Luft. Hab ihn getroffen. Der ist oben gelandet auf N. Oh. Die wollen auf jeden Fall den Sieg haben, wie es aussieht. Hier ist ein Lagerfeuer. Komm. Hier ist ein Lagerfeuer. Oh mein Gott, ich habe einen Genoscoped. Nice. Der andere ist noch unten. Genau. Okay. Hab ihn. Nice. Oh, ja, der ist bei mir. Einer ist One-Shot. Hab einen. Nice. Chill einfach. Chill einfach. Hab ihn. Nice. Nur noch einen Gegner. Okay. Wie, habe ich doch 16 Kills geschafft, Alter? Ja, Mann. Wie, lass du? Hey. Halt das nicht rein, wie du mich fragst, wie ich hab. Mach ich nicht. Merke ich schon. Was? 375 Headshot. Nice. Ey, die Runde war geil. Ja, Mann. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr akzeptiert, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und vielleicht nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr das neue Item findet. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. So.